Sagen Sie selbst, lieber Leopold, war dies nicht ein weiterer Beweis? Entkräftet die Sonate nicht alle Befürchtungen, die sie je hatten? Dass er womöglich als gemeiner Tonkünstler enden könnte, den die ganze Welt vergisst und nicht als berühmter Kapellmeister, von dem die Nachwelt noch in Büchern liest? Und wie schwer hat man es ihm gemacht in Wien? Nein, aber so sind die Leute dort. Glauben Sie, Ihre alten Freunde in Waldstätten. Erst jubeln sie und können gar nicht genug Beifall spenden und dann plötzlich wird es ihnen langweilig und sie wollen Neues. Ihrem Sohn ging es nicht anders. Wenn ich nur an seinen Verleger denke, schreib populär, sonst kann ich nichts mehr von dir drucken und bezahlen. Das eine Mozart, welcher Schande! Er hat mir auch recht, hat er gesagt, dann verdiene ich eben nichts mehr und hungere. Aber innerlich hat er darunter gelitten, dass ihm nicht die Ehre zuteil wurde, die ihm gebührte. Dass man einen wie ihn nötigte, sein Glück am Ende anderswo zu versuchen. Aber wo? In Paris vielleicht? Oder in Prag? Er dachte damals an London, oder? Warum haben Sie auf seinen Plan so schroff reagiert, Leopold? Nein und damit basta, schrieben sie ihm. Nur weil er sie gebeten hatte, die Kinder zu hüten, solange er und Constanze in England sein würden? Fürchteten sie, dass er neue Dummheiten vorhatte, so wie damals mit Aloysia? Ja, es stimmt, man erzählte sich, er sei wieder einmal verliebt gewesen und wieder in eine Sängerin. In die fabelhafte, hinreißende, einzigartige Anna. Anna Selina Storace. Ganz Wien lag ihr zu Füßen. Von ihren Freunden wurde sie nur Nancy genannt, weil sie ja halb Italienerin und halb Engländerin war. Sie wurde die erste Susanna in seinem Figaro und er hatte ihr die Rolle auf den Leib komponiert. Für ihn war sie die Hauptfigur. Sie sang wunderbar und sie war so jung, so temperamentvoll, so sinnlich. Kein Wunder, dass alle verrückt nach ihr waren. Auch ihrem Sohn hat sie den Kopf verdreht, nicht erst bei den Proben in der Oper. Ja, ganz gewiss, Leopold. Constanze hat es geahnt. Gerade weil sie wieder einmal schwanger war. In diesem Zustand sind Frauen besonders sensibel. Auf jeden Fall war sie eifersüchtig. Zumal er nach dem Figaro noch eine Konzert-Arie für Nancy geschrieben hat. Für Mademoiselle Storace und für mich stand auf dem Notenblatt. Die Widmung war ganz wörtlich zu nehmen. Zur Orchesterbegleitung hatte er nämlich obligates Klavier hinzukomponiert. Er selbst hat es gespielt, um seinem englischen Mädchen ganz nahe zu sein, wenn sie sang. Fürchte nichts, geliebtes Wesen, dieses Herz wird immer für dich schlagen. Nein, nicht für immer. Sie haben recht, Leopold. Die große Storace ist wenig später aus seinem Leben verschwunden, fuhr ohne ihn nach London. Und er blieb, wo er war. Aber die Sehnsucht, sie hörte nicht auf. Wonach er sich gesehnt hat? Ich weiß es so wenig wie sie, Leopold. Geliebt wollte er werden. Sein Leben lang. Und der Gedanke, die Liebe könnte ihm verloren gehen, hat ihn gequält. Er hat sich in die Arbeit gestürzt, um seine Ängste zu vergessen. Hat den Harlekin gespielt und seine Kolumbine gesucht, um frei zu sein. Ja, gespielt. Immer wieder gespielt. Wie heißt es bei Schiller? Der Mensch soll mit der Schönheit nur spielen und soll nur mit der Schönheit spielen. Ich kann, wenn ich es lese, nur an ihn denken, an ihren Sohn, lieber Leopold. Wenn je ein Mensch mit der Schönheit zu spielen vermochte, dann war er es. Und sei es mit der Schönheit eines kleinen Liedes, das er irgendwo gehört hatte und zu einem Wunderwerk machte. Und sei es mit der Schönheit. Und sei es mit der Schönheit. – Dose.